Auch wenn es so ausschaut, ja okay, mein Kuchen, Waschen, Putzen, das hört man ja ganz oft, aber es ist was wirklich Wichtiges. Es ist einfach das, was die Familie zusammenhält und wenn man schon das Leben über dem Kopf wächst, weil gerade wahnsinnig viele Sachen passieren, wahnsinnig schlimme Sachen vielleicht auch passieren, wenn man einfach weiß, okay, aber ich kann mich ab Nacht ins Bett legen und es ist für alles gesorgt und es gibt einfach wahnsinnig ruhig Sicherheit und ist deswegen also wichtig.